Geht das schon? Geht das? Hört ihr mich? So ein bisschen, ne? Ja. Oh, jetzt wird's wieder gut. Was? Oh. Hm. Gut. Klasse. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen umbauen. Ach, herrje. Wir sind ja schon viel zu spät, sehe ich gerade. Das ist aber nicht gut. Ah, okay. Kein Problem, sagt der Chef. Kriegen wir hin, sagt der Chef. Finde ich gut. Ja, nochmal herzlich willkommen hier auf dem Japan-Tag. Ich heiße alle kurzfristig dazugestoßenen Gäste herzlich willkommen. Hallo an gute Freunde. Aus München sogar angereist. Klasse. Vielen Dank. Ja, aber dann legen wir doch mal direkt los. 16 Minuten Halligalli. Ich sing für euch ein paar bekannte Titel aus der Anime-Sektion, aus dem Gaming-Bereich. Wer die Titel kennt, ich freue mich immer über die Leute, die dann so mitklatschen. Das kennt ihr vielleicht schon. Im Takt ist auch cool. Offbeat gefällt mir auch. Wie ihr wollt, wie ihr könnt. Und ich möchte vorstellen, meine Background-Tänzerin Yagoda. Yagoda und ich sind schon auf der Animuk und auf der Hanami zusammen aufgetreten mit der Run. Da unter dem Namen Ongaku im Showbezirk. Ongaku Band könnt ihr allerdings auch heute Abend schon sehen. Mit ihrer Akustik-Session sind sie hier ab 19 Uhr zu sehen. Kann ich nur empfehlen. Super Sache. Das war's für heute Abend. Untertitelung. BR 2018 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 Das ist ein schönes Leben, der ich noch nicht in der Welt bin. Was ich noch nicht in der Welt bin? Oh, dass ich diese Kraft bin? Was ich noch nicht in der Welt bin? Wenn du mir nicht mehr in Ordnung, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig. 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 Ich bin einig. Ich bin einig, ich bin einig. 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 Ich bin einig, ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig, ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig, ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig, ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig, ich bin einig. 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 Ich bin einig! goofy genutzt. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Das ist ja so barr. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht so lange habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich so gerne möchte. Ich habe das Gefühl, dass ich mich so gerne möchte. Das war's für mich. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020